Ich nutze das Mission A als Video und dann geht's los. Ups, ich habe vergessen den Jet als oberste Stelle zu setzen. Ups. Okay. Die alte Regierung ist aus der Hauptstadt geflohen. Die Informationen aus dem besetzten Athen sind mager, aber es kann nicht bezweifelt werden, dass die sowjetischen Streitkräfte inzwischen alle Gefechtszonen in der Umgebung der Hauptstadt kontrollieren. Doch trotz mehrfacher Abmahnung durch die UN kämpfen die sowjetischen Cyborgs auch in der Stadt selbst einer zivilen Zone. Es bleibt zweifelhaft, ob die alliierten Truppen diesen Bruch des Cyborg-Kriegsvertrags stoppen können. Als Reaktion auf diesen unerhörten Akt des Terrorismus konnten die Alliierten bei den Vereinten Nationen mit 281 zu 7 Stimmen eine Resolution durchbringen, die ein beispielloses finanzielles Unterstützungsprogramm für ihre Militärausgaben bewilligt. Dieses neue Mandat zieht die Gründung einer globalen Defensivinitiative vor, die mit Truppenteilen aus verschiedenen Nationen den internationalen Terrorismus bekämpfen soll. Klingt übel, nicht wahr? Tja, ist es ja auch. Aber Stalin hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Denn zumindest hilft er uns dadurch, den Rest der Welt gegen ihn zusammenzuschweißen. Ja, wir haben Griechenland verloren. Aber wir sind noch nicht aus dem Rennen. Stalin glaubt das vielleicht. Aber solange wir noch auf Kommandeure wie sie zählen können, werden wir diesen Krieg gewinnen. Mein alter Freund Tanjas Begleitsherrbox sendet. Sie hat etwas gefunden. Aber russische Sicherheitskräfte haben sie gefangen genommen. Man wird sie mit Sicherheit nach Moskau bringen. Wir müssen sie befreien. Ach das. Wir haben uns wichtige Informationen über das Projekt Eiserner Vorhang. Diese Informationen könnten den Verlauf des Krieges ändern. Er muss erst wieder einen klaren Kopf bekommen. So ist er niemandem von Nutzen. Die Sowjets halten Tanja in der Gefechtszone Grottner fest. Das Gefängnis ist zwar gut bewacht, aber ein Versorgungs-LKW kommt mehrmals täglich aus einer nahegelegenen sowjetischen Basis rüber. Wenn ihre Spione die Fabrik infiltrieren können, können sie eventuell per Anhalter ins Gefängnis mitfahren. Sobald sie Tanja gefunden haben, schaffen sie sie daraus. Wie auch immer. Ah ja, das war die Mission. Tanja. So ein hübsches Gesicht. Wo ist Professor Einstein? Ich hätte gehofft, dass du das sagst. Der hat sie in der Höhe an der Höhe an der Höhe an. Ich fürchte, die Nebenwirkungen sind etwas permanent. Ich fürchte, die Nebenwirkungen sind eingetroffen. Zeit läuft. Für Königin und Vaterland. Für Königin und Vaterland. Ich bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Für Königin und Vaterland. Verdammt, jetzt war ich nicht noch. Das war nicht gut. Ja, wiederholen. Verstärkungen sind eingetroffen. Zeit läuft. Für Königin und Vaterland. Noch 30 Minuten. Ich bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Ich bin bereits unterwegs. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. 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 Wie kann ich auch schon tun? land ein einsatz fehlgeschlagen es war schon gefressen verstärkungen sind eingetroffen für königin und vater nach 30 für königin und vaterland die anderen tönen wesentlich die löwen hier irgendwie dann so dachte ich beobachten wir die mal kurz, dass wir gleich wieder gefressen werden die fiescherlöwen hier im kreis hoch ja jetzt gehen die hier rüber hoch bin bereits unterwegs so nicht mal denn ich los los für königin und vaterlandin bereits unterwegs für königin und vaterland bin bereits unterwegs für königin und vaterland lauf 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 oh in der tat für königin und vaterland verfickte scheiße ich hasse das ohne basis ohne basis und vaterland noch 30 minuten bin bereits unterwegs für königin und vaterland bin bereits unterwegs für königin und vaterland bin bereits unterwegs gebäude infiltriert gebäude infiltriert die die Ich speichere Schmerz. Einsatz gespeichert. Was ist? Bin schon da. Bin schon da. Scheiße, Töle. Komm Blech Bubi, tanz mal. Bin schon da. Bin schon da. Willste Nachschlag, Nippchen? Beste Töle. Komm Blech Bubi, tanz mal. Harte dran zu kauen, wie? Komm Blech Bubi, tanz mal. Komm Blech Bubi, tanz mal. Komm Blech Bubi, tanz mal. Harte dran zu kauen, wie? Bin schon da. Komm Blech Bubi, tanz mal. 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 Willste Nachschlag, Nippchen? Komm Blech Bubi, tanz mal. Komm Blech Bubi, tanz mal. Komm Blech Bubi, tanz mal. Bin schon da. 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 Ups. Fuck, da waren noch welche. Spiele laden. Äh, jetzt nehmen wir laden das. Weil nochmal, ich versche die Spiele und die Arche dann. Nein, jetzt. Guck mal da, da kommen wir erstmal in die Tülle. Ja, ich wollte schon sagen, keine Musik, das wäre jetzt scheiße gewesen. So, in der nächste Tülle. Jetzt knallen wir die drei noch ab. Wer ist denn Nachschlag, Bippchen? Bin schon da. Wer ist denn Nachschlag, Bippchen? Hahaha. Wer ist denn Nachschlag, Bippchen? 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 Hahaha. Tarte dran zu kauen, wie? Bin schon da. Tarte dran zu kauen, wie? Bin schon da. Ja, komm. Kommst auch noch, du scheiß Tülle. Hahaha. Bin schon da. Ja, mach mal das hoch. Bin schon da. Komm Blech Bubi, tanz mal. Bin schon da. Bin schon da. Hahaha. Hahaha. Komm Blech Bubi, tanz mal. Karte dran zu kauen, wie? Komm Blech Bubi, tanz mal. Bin schon da. Komm Blech Bubi, tanz mal. 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 bin schon da bin schon da das weg bin schon da freuen wir euch auch mal nach und nach bin schon da komm blech Bubi tanz mal bin schon da noch 20 Minuten bin schon da komm blech Bubi tanz mal bin schon da 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 komm blech Bubi tanz mal komm blech Bubi tanz mal so und hier gehe ich meine Panzer net rein komm blech Bubi tanz mal bin schon da fünf vor klüppig Autospeicher Tanja gerettet Alliierte Verstärkungen sind von Norden her eingetroffen Verstärkungen sind eingetroffen melde mich in Ordnung ja Sir bestätigt ja Sir in Ordnung wird bearbeitet bestätigt ja Sir ja Sir wird bearbeitet bestätigt ja Sir drei Ingenieure ja Sir Okay ja Sir wird bearbeitet ja Sir in Ordnung bestätigt langsam ja Sir bestätigt bestätigt so aaaaaah habe das bestätigt ja Sir bestätigt ja Sir Suspete Artillerie ja Sir in Ordnung Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt Drücken wir mal hier lang Ganz dankhaft Ja, Sir, bestätigt Ja, Sir, bestätigt Ihr Einsatzfahrzeug In Ordnung Ja, Sir, in Ordnung Bestätigt, in Ordnung Ja, Sir In Ordnung Bestätigt, bestätigt Bestätigt, wird es bearbeitet Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt In Ordnung Ja, Sir Bestätigt Bestätigt Ja, Sir Bestätigt Bestätigt Meldet mich wie befohlen In Ordnung In Ordnung In Ordnung So, jetzt brauch ich mal einen Panzer Ja, Sir Ich brauch mein In Ordnung Ja, Sir In Ordnung So Spare schon mal nochmal A5 A5 A0 So Einsatz gespeichert So, weiter geht's Das ist, wenn man mal Schönen Erwarte Ihre Befehle In Ordnung Bestätigt Wird bearbeitet Bestätigt Ja, Sir Bestätigt Bestätigt Ja, Sir Bestätigt Neue Bauoptionen Das ist Nummer 1 Wir präparieren Erwarte Ihre Befehle In Ordnung Ja, Sir Bestätigt Erwarte Ihre Befehle Bestätigt Wird bearbeitet Bestätigt Energieniveau kritisch Neue Bauoptionen Melde mich wie Befohlen In Ordnung Wird präpariert Ja, Sir Bestätigt Melde mich wie Befohlen Bestätigt Ja, Sir Bestätigt Neue Bauoptionen Wird gebaut So Melde mich wie Befohlen In Ordnung Ich hoffe, dass man das nicht schnell bleibt Bestätigt 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 Ich bin trotzdem erstmal hier runter Höch In Ordnung Bestätigt Ich bin trotzdem erstmal hier runter vorn Wird gebaut In Ordnung Bestätigt Bestätigt Ich bin schon wieder vor die Brücke Bestätigt Sammler Da rüber Bestätigt 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 Einheit Bereit Bevor du dich sammelst Ich brauche eine Kaserne Neue Bauoptionen Ja, Sir In Ordnung Konstruktion Abgeschlossen Neue Bauoptionen Und zwar Brauche ich eine Brücke Sagen wir Zehn Stück Ja, Sir Einheit bereit Sofort Ja Wird gebaut Bereit zum Einsatz Sofort Ja Konstruktion In Ordnung Ja Einheit bereit Dann warten wir mal kurz Bis die stehen Erwarte ihre Befehle Weil Hier unten ist noch ein bisschen Erz Da stellen wir noch einen hin Melde mich wie befohlen Stell mal noch einen Jawohl Ja, Sir Ah ja, das ist schön Das breitet sich schon gut Jetzt stellen wir den noch hier hin Und Bereit zum Einsatz Jawohl Ach, er da mal Neue Bauoptionen Energieniveau kritisch Einheit Wird gebaut Jawohl Erwarte ihre Befehle Panzerreaktion Abgeschlossen Melde mich wie befohlen So Melde mich wie befohlen In Ordnung Länger geht Damit wir eine Erzversorgung haben In Ordnung Bereit zum Einsatz In Ordnung Wird gebaut Einheit Wird gebaut Ja, Sir In Ordnung Wird gebaut Einheit Bereit Ja, jetzt ist ja In Ordnung Einheit Verloren Bestätigt Bestätigt Einheit Verloren Einheit Panzer im größen Maßstab zu bauen Wird gebaut Ja, Sir In Ordnung Da Ja, Sir Da geht Da geht Da hin Einheit Bereit In Ordnung Da, da hin Wird gebaut Wird gebaut Erwarte ihre Befehle In Ordnung Da Ja, Sir Und Einheit Bereit Wird gebaut In Ordnung Lassen wir den dorthin Einheit So, jetzt müssen wir Wird gebaut Wird gebaut Bauen wir mal noch eine Kaserne In Ordnung In der Hafenerie Bin ich Achso Ja, Sir Den haben wir schon Unruhung und Schlös geschickt In Ordnung Wer soll da bauen So, jetzt müssen wir Das Geld Wurden Wurden wir aber Panzer bei In den Rollen 11 Uhr 11 Inforsch Einheit Bereit Wird gebaut Okay Erwarte ihre Befehle In Ordnung Bestätigt Einheit Verloren Ups Nee, ich hab noch Grenadierer Die bringen noch gar nicht Schöne Scheiße Einheit Bereit Wird gebaut Soldaten Um Schnelleres Wachstum Zu erzeugen Ja, doch Ein Unzureichende Finanzmittel Panzer Konstruktion Panzer 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 Schleining Neue Bauoptionen Erwarte ihre Befehle Bereit Wird gebaut Primärbauwerk Ausgewählt Nein, ich mach das nur mit Schweren Panzer Und es geht einfach Einheit Bereit Wird Gebaut Einheit Bereit Wird Gebaut Aber Melde mich wie befohlen In Ordnung Erwarte ihre Befehle Bestätigt Bestätigt Jawohl Melde mich wie befohlen Bestätigt Ja, Sir Bestätigt Ja, Sir Bestätigt Bestätigt Hier, Einsatz Bestätigt Ja, Sir In Ordnung Einheit Bereit Wird gebaut Melde mich wie befohlen Sofort Melde mich wie befohlen Sehr gern Ja, stellen wir noch ein Ein Hier, Einsatzfahrzeug In Ordnung Hier, Einsatzfahrzeug In Ordnung Hier, Einsatzfahrzeug Bestätigt Sponserei Melde mich wie befohlen Bestätigt Wird gebaut Beim nächsten Mal Start Erwarte ihre Befehle Bestätigt Kann ich jetzt schon sagen Ja Achso Ich warte ja jetzt sowieso Auf das Geld Kann ich ja sehr schnell stellen Fortsetzen Jetzt hab ich ja zumindest Das ist nur furchtig Einheit bereit Wird gebaut Wird gebaut Ihr Einsatzfahrzeug In Ordnung Einheit Wird gebaut Ja, Sir Wird gebaut Bestätigt Bestätigt So Sehr gern Da hin Erwarte ihre Befehle Sehr gern Da hin So Jetzt machen wir was ganz nettes Ja, Sir Mal speichern mal Einsatz gespeichert So, und jetzt nehmen wir mal eine Armee Und machen die zwei Tesla spielen Platz Schötzt mich hier ein Wir machen hier Befehle In Ordnung Melde mich wie befohlen Rein zum Einsatz Versteht nicht Wir haben hier Befehlen Einfach nur In Ordnung Bestätigt In Ordnung In der Armee Komm schon nicht rein, aber Kann zumindest mal Einheit bereit Wird gebaut Gestoppt Abgebrochen Anders Kommen wir mal auf heute Ja, Sir In Ordnung Erwarte ihre Befehle Ordnung Einheit bereit Sooo Wird gebaut Einheit bereit Das Herz breitet sich um ein paar aus Ich finde sie keine Geldprobleme mehr Einheit bereit Einheit bereit Bestätigt Einheit bereit Bestätigt Bestätigt Einheit bereit Bestätigt Bestätigt Einheit bereit Wird gebaut Bestätigt 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 Einheit verloren Einheit verloren Ja, Sir Ja, Sir Melde mich wie befohlen Sir Einheit bereit Bestätigt 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 Stür Steht Wird gebaut Bestätigt 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 In Ordnung In Ordnung In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Einheit von Ruhe. Bestätigt. Bestätigt. Einheit von Ruhe. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Du, das ist ja in Ordnung. Bestätigt. 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 Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Einheit. Bestätigt. In Ordnung. Einheit von Ruhe. Bestätigt. 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 Einheit von Ruhe. Bestätigt. 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 Einsatz erfolgreich. Äh. Bestätigt. So wunderhübsz. Aber dabei. So störös. Oh. Oh... Oh. Oh. irt 오늘 noits. Yeah. ... ... ... ...